Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Max und in diesem Video fliegen wir mit Google Earth, der nationalen Wanderroute Nummer 6, dem Alpe-Pesse-Wäge entlang, wo meine Frau Patrizia und ich im Mai 2017 in Chur angefangen haben und im September 2018 in Sainscheingolf gewesen sind. Angefangen haben wir, wie gesagt, in Chur, wo es höhmetermässig zum Glück nicht gerade sehr stressig losgeht. Zum Anfang ist das eigentlich gar keine schlechte Wahl gewesen für uns im Nachhinein. Wir laufen also da auf den Felsenberg vorbei, kommen dann da auf Tamins, wo die erste Etappe eigentlich schon enden würde. Wir haben gesagt, ja, das können wir jetzt doch nicht ganz machen und haben die zweite Etappe auch gerade angehängt. Und das hat dann zur Folge gehabt, dass wir am ersten Tag schon 37 Kilometer gelaufen sind, was dann, ja, okay, doch ziemlich anspruchsvoll gewesen ist. Vor allem für die Füsse. Wir kommen dann also da am ersten Tag auf Ilanz, wo wir, wie immer, wenn wir in Bündnerland sind, zuerst unsere obligatorischen Kapunz müssen essen. Energiemässig lohnt sich das auch, weil am nächsten Tag kommt man dann da ins Wall Lumnezia, wo man dann doch wieder 26 Kilometer gemacht hat. Das war im Mai, wie gesagt, sehr schöne Bedingungen gehabt, es hat blüht, es war schön warm. Und wir dann auch schlussendlich dann auch auf Vrein gekommen sind. An einem anderen Wochenende haben wir dann wieder in Vrein angefangen, leider bei Regen, aber es ist ja gleich, weil beim Wanderen kommt man ja sowieso warm rüber. Läuft dann also da durchauf bis zum Pass Disrut, wo man eine sehr schöne Aussicht hat auf die Greina-Hochebene. Die durchquert man dann auch. Und läuft dann über den Passos de la Greina und übernachtet dann bei der Capanescaletta. Nächsten Tag geht es dann da das Tal durchab, wo man dann, wenn man eine Badehose dabei hat und warm genug ist, man kann gut im Bache in den Baden. Läuft da bei Plenio vorbei und kommt da auf Olivone, wo die Etappe eigentlich auch wieder enden würde. Da haben wir auch gesagt, das hängen wir wieder zusammen und laufen gerade einem Tag bis auf Acquagalda. 24 Kilometer ist das auch nicht so ein Straub gewesen. Mittlerweile ist man da also unter dem Lucmanier-Pass. Die Wanderung geht dann aber da links durchauf. Man kommt über Passos del Sole und ist dann da schon hinter dem Ritomsee, wo man dann gemütlich durchabläuft. Bis man dann zum See kommt, läuft dann da noch an der Staumauer vorbei und beim Ritom hat man die Möglichkeit, da die Standseilbahn zu nehmen, was wir gemacht haben bis zur Mittelstation. Und man schafft es also, vor der Mittelstation in einer Halbstunde bis auf Airolo zu rennen, wenn wir dann unbedingt den Zugpott erreichen. An einem anderen Wochenende haben wir dann Airolo wieder gestartet. Man läuft da durcheinander durch, kommt dann da auf der Alp vorbei und läuft dann da das Valbedretto durch auf. 25 Kilometer ist da nicht ganz so lang, aber man macht da doch ein wenig Höhenmeter. Also es ist dann doch auch ein wenig anstrengend mit der Zeit. Man kommt dann da beim Nufenen-Pass vorbei, der rechts durchgeht, übernachtet dann da bei der Cabana Corno Gris, kommt dann da zum Corno-Pass und läuft dann auf der anderen Passseite durch. Bis man dann da im Obergoms ist. Und auch diese Etappe würde in Ulrichen eigentlich wieder aufhören. Da haben wir auch gesagt, ja komm, wir laufen noch weiter. Wir haben dann aber in Reckingen dann doch nicht mehr mögen und haben dann da noch Bahn genommen bis auf Blitzingen, wo wir dann wieder übernachtet haben. Und die nächste Etappe führt dann von Blitzingen ins Binntal. Dort haben wir in Binn leider auch keine Übernachtungsmöglichkeit mehr finden. Also wir haben nichts mehr reservieren können. Wir sind dann auf Feld gelaufen, im Nachhinein zum Glück, weil da in dem Bergrestaurant Bergkristall kann man übernachten und das kann ich sehr empfehlen. Das ist ein schönes Plätzchen dort. Am nächsten Tag sind wir da bei Regen losgelaufen. Und eine halbe Stunde später hat es dann so ausgesehen. Also einfach wunderschönes Wetter wieder. Blauer Himmel, beste Bedingungen zum Wandern. Wir laufen dann da drauf. Kommt dann zum Saflisch Pass. Es geht hinten wieder durchab bis auf Rosswald, wo man eben mit einem Bändchen wieder bis zur Passstrasse erfahren kann. Vom Simplon Pass. Also eignet sich gut da zum wieder Ein- und Aussteigen in die Route. Was wir da auch gemacht haben. Vor Rosswald sind wir dann, wie gesagt, am nächsten Wochenende dann wieder losgelaufen. Das geht höhemetermässig nicht so straub hoch und runter. Man bleibt da ein wenig auf der Höhe. Hat aber wunderschöne Aussicht. Dann kommt es nachher da zum Simplon Pass. Und wir auch wieder übernachten können. Dann geht es nachher da über den Pistinenpass. Und da läuft man dann das Tal hinteren und dann rechts wieder füren. Und da läuft man dann an der Suonen, also so einem Wasserkanal entlang. Und das ist eine sehr schöne Wanderung. Geht gemütlich durchab. Schöne Aussicht. Kommt dann da weiter auf Gespon, wo wir ebenfalls wieder mit einem Bändchen auf den Stall der Rieden runtergehen. Und dann schlussendlich bis auf den Stall dann runtergehen. Das heisst eben, nach einer anderen Woche sind wir in Gespon wieder losgelaufen. Dann kommt dann da auf Sass-V. Lauft dann da von Sass-V wieder füren, wo wir unterwegs noch einen Steinbock gesehen haben. Und das geht nachher da weiter bis auf Grächen. Das ist dann Ende Sommer 2017 gewesen. Sprich dann im 2018 haben wir dann nachher da in St. Nikolaus weitergemacht. Kommt dann da auf den Augsportpass, wo der schon knapp 2900 Meter hoch ist. Und läuft dann nachher hinendur ab auf Gruben, wo man nicht so einfach herkommt. Sprich, es lohnt sich dort wieder übernachten. Ich gehe jetzt da noch ein bisschen weg, weil von Gruben aus nachher geht es dann über den Maitpass, rechts auf Sinal. Das heisst, man kommt damit in die französisch sprechende Schweiz hinein. Das ist da eine sehr schöne Wanderung. Man läuft nachher da ein bisschen den Höhemeter entlang. Kommt dann da, wie gesagt, auf Sinal. Wo wir dann in der nächsten Woche wieder weitergemacht haben. Wir haben dann da aber das Bandchen genommen. Kommt dann da über den ersten Pass hinein. Lauft dann da der Staumauer vorbei. Macht den zweiten Pass. Und läuft dann hin auf Lesodère. Und die Strecke Lesodère Aurola, die haben wir gar noch nicht gemacht. Die müssen wir noch machen. Dann in Aurola wieder gestartet. Leider auch wieder nicht so bei schönem Wetter. Aber es war eigentlich auch egal, weil wir haben doch noch genug gesehen. Und es war eigentlich schön. Wir konnten aber Golderiet Matte. Und ist dann da hinter dem Grandixens. Das Staumauer von Grandixens. Wo wir dann bei der Gabin de Préflurie übernachtet. Und die Strecke jetzt da, Gabin de Préflurie bis auf Mauazin, ist nur 22 Kilometer lang. Aber dort haben wir am längsten gebraucht. Das ist irgendwie 10,5 Stunden sind wir unterwegs. Geht das über den ersten Pass. Kommt über das Gröllfeld, wo der Weg sehr gut markiert ist. Kommt dann da über eine zweite Pass hinein. Wo wir dann hinten leider ein bisschen im Nebel runtergelaufen sind. Kommt dann noch zu dem See, wo wir zu Mittag gegessen haben. Beim Auflaufen, da sehen wir wieder den Steinbock. Macht den dritten und noch den vierten Pass. Und sticht dann hinten runter auf Mauazin. Wo es, glaube ich, wie es wissens noch ein Hotel gibt. Also man muss auf jeden Fall schauen, dass man dort wieder reserviert. Von Mauazin sticht es dann ziemlich steil drauf. Kommt dann da auf ein Gaule des Autens. Wo wir schauen, dass man vielleicht schönes Wetter hat. Weil da ein Blick auf die Gletscher und die umliegenden Berge ist einfach fantastisch. Und dann vom Pass geht es ein bisschen durchab. Wir gehen ein bisschen am Gletscher entlang. Läuft dann da höhemetermässig geht es dann ein bisschen durchab. 21 Kilometer ist die Etappe da, wo wir bis auf Cabin-Gol-de-Mille gehen. Und dann kommen zwei kürzere Etappen. Eine bis auf Bouchsaint-Pierre. Und von Bouchsaint-Pierre geht es da zum grossen St. Bernhard. Und da nimmt man dann wieder zwei Pässe. Läuft dann da weiter auf La Fouly. Und dann geht es dann ins Tal durchab bis auf Champaix. Und da zoome ich kurz ein bisschen weg. Weil nämlich da von... In der Mitte sieht man jetzt Mont Blanc-Massif. Und es gibt da offenbar eine international bekannte Wanderroute, wo um das Massif rumgeht. Sprich, bei der Wanderung jetzt da bis etwa auf die Chillon hat es noch ziemlich viele Wanderer auf dem Wanderweg. Also nach Drian, wenn man da auf Bademouthant geht und hinten dran wieder das Tal durchab. Und nachher da beim Lac-Demasson ist, dann ist man da wieder ziemlich allein. Im Lac-Demasson geht es dann da auch wieder eine Route, wo man wieder zwei Pässe gleichzeitig macht, wo es uns ziemlich stark verregnet hat. Wegen dem haben wir dann da in der Cabin dann auch ein Zimmer frei gehabt. Und das hat sich dann gelohnt. Also einen Tag wieder Regen gehabt. Und am nächsten Tag wieder das schönste Wetter, wo man dann mit zum Glück trockenen Kleidern hat weiterlaufen. Kommt dann da über einen Pass, wo man dann fast ein bisschen kledern muss, da vor dem Pass. Das ist recht steil gewesen. Hinten geht es dann wieder durchab. Man macht dann da ein bisschen Hühnmeter, läuft ein bisschen hoch, läuft ein bisschen runter. Und kommt dann da auf Barma, wo die Etappe eigentlich auch wieder enden würde. Haben wir leider auch nicht mehr reservieren können. Also sind wir da der Kreten entlang weitergelaufen. Kommt dann da mal kurz zur Grenze. Und wir sind dann weitergelaufen mit einem Gewitter im Rücken bis auf L'Ecosé, wo wir dann dort wieder übernachtet haben. So, da geht es dann weiter. Und die eigentliche Etappe würde links am Talboden entlang laufen. Wir haben aber da auch wieder die Kreten genommen und haben dann das Bändchen genommen bis auf Margin. Mittlerweile sind wir schon bei der zweitletzten Etappe von dieser Route. Und man sieht, da kommen wir schon in den Gemfersee, Sichtweite zum Gemfersee. Kommt dann da schon auf Tanne. Und da die letzten Meter da auf Tanne rauf. Das ist ziemlich eine steile Strasse. Tanne selber ist auch ziemlich klein. Da muss man auch schauen, dass man wieder reserviert. Und bei der letzten Etappe macht man nochmals da die letzten Höhemeter. Kommt da auf die schöne Alp vorbei und läuft dann hinten der Grenze entlang bis auf das Saint-Jean-Golf. Ich zoome hier noch einmal weg, dass man hier die 610 Kilometer lange Route nochmals sieht.